Kamera läuft. So, heute sind wir am Set von Mann-Frau. Und da entführe ich euch jetzt mal hinter die Kulissen. Komm mal mit! Also, hier geht's jetzt los. Achtung, können wir das hier? Der ist immer am Telefon. Der ist so wichtig. Ihr wisst ja, wie wir in der letzten Jahre kommen. Ach so, stimmt. Das ist noch in der Hose. Das ist noch in der Hose. Aber am Knie? Nee, im Schritt. Also, ich mach den ein bisschen anders. Sinne Neuspring. 2, take 2. Sinne 7, 2, take 4. Einmal noch und wenn du es irgendwie gut findest, dann sag es schneller. Wir wollen ja nicht so ewig klein werden. Ja, guck mal! Nee, der nächste kommt es halt. Ach, das ist mit dem Geil. Ja, oder mit dem Aufford. Wie du willst. Tiffen, wir brauchen die kleine Maschine. Und Mirko? Hä? Kommst du mal auf ihn zu? Tiffen! Super Vorschlag! Hast du noch einen anderen, du Arsch? Mein Puls schlägt höher, wenn ich in Schumanns in München ein Mojito trinke. Denn dann fühle ich mich wie in Berlin in Borchette. Das kann er nicht trinken! Das kann er nicht trinken! Mann! 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 Mein Puls schlägt höher, wenn ich in 3 Minuten so richtig was erlebe und dann weiterarbeiten darf. Weil du auch so ein richtiges Arbeitstier bist, ne? Ja! Mach, 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 mach! Mach, 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 mach! Ganz kurz! Das ist Schluss für Christian! Richtig schlecht in der Trüte! ZDF ZDF ZDF